Hallo, ich präsentiere Ihnen heute den neuen netzwerkfähigen AV-Receiver TXNR515 von Onkyo. Der 7.1-Verstärker bietet insgesamt 8 HDMI-Eingänge und 2 Ausgänge. Er unterstützt eine Vielzahl von Internet-Musikdienstleistern und ist DLNA-zertifiziert. Via MHL finden kompatible Smartphone-Devices Anschluss an den Receiver. Zur erleichterten Bedienung besitzt der Insta-Preview, um sich eine Vorschau anliegende HDMI-Signale anzeigen zu lassen. Mit an Bord außerdem Dynamic 2 EQ zur automatischen Raumakustik-Korrektur. Die optionalen Onkyo Remote Apps für Android und iPod Touch iPhone erleichtern die Bedienung. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald, bye bye.